Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Erst vor einer Woche gaben Stefan Mross und Anna-Karina Wojciak nach wochenlanger Spekulationen ihre Trennung offiziell bekannt. Auf Instagram verkündet das ehemalige Schlagerpärchen die traurige Nachricht, getrennt und doch zusammen, Individuen und doch eine Einheit. Seelenverwandt und nun geht jeder seinen eigenen Weg, schreiben sie zu einem Foto von sich. Jetzt äußert sich erstmal Schlagerkollege Nino de Angelo zum Ehe aus. Nino de Angelo spricht über den Trennungsgrund. Mit ihrem Statement haben Anna-Karina und Stefan nun zwar ihr Liebesaus bestätigt, allerdings keine Details dazu geben, wie es zu ihrer Trennung gekommen ist. Jetzt spricht Nino de Angelo auf Anfrage von Ipen Media über mögliche Gründe ihrer Trennung. In seinem Statement bezog sich der 58-Jährige auf ein Zitat des französischen Literats Franquoise de LaRouche-Foucault. Ich kann all ihre Fragen mit einem einzigen Zitat beantworten, der Verstand kann nicht lange die Rolle des Herzens spielen. Was genau Nino de Angelo mit dieser kryptischen Antwort meint, hat er nicht weiter erläutert. Bleibt abzuwarten, bis das ehemalige Paar weitere Infos zu ihrem Ehe aus Preis gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017